Die Runde ist in der Liste. Geh mir einen Sit-Ref, Sam. Kein Bewegung in der Cargo Bank. Gut. Ich kann einen Wetter benutzen. So Äh, hier Machen wir doch was Lauf! Keiner Plan! Oh Gott! Lauf schnell noch! Lauf schnell noch! Verdammt! Wie ist das Ding still standen? Ich guck deine Energieleiste an! Da kannst du gucken wie weit das aktuell ist! Oh ja du kannst deine Energieleiste an! Oh ja du kannst deine Energieleiste anbieten! Oh ja du kannst deine Energieleiste anbieten! No movement detected in the cargo bay Good! I could use a breather Und du kannst deine Energieleiste anbieten! Und du kannst die Energieleiste anbieten! Und du kannst die Energieleiste anbieten! Sam! I need a plan to attack! Run! That's not a plan! Und du kannst die Energieleiste anbieten! Und du kannst die Energieleiste anbieten! Oh ja du kannst die Energieleiste anbieten! Oh ja du kannst die Energieleiste anbieten! Oh ja du kannst die Energieleiste anbieten! Das sind die Energieleiste anbieten! Und du kannst die Energieleiste anbieten! Das ist nicht wie weit das! Jetzt vielleicht schon noch ein bisschen Geld zusammen hier. Ah, jetzt betreten wir den. Impact is online. Lette Fähigkeit. Okay. So, dass niemand rausfindet, dass wir hier waren. So, hier ist noch was. Gut, ja, wahrscheinlich. Rückschluss zu verwenden. Von wo? Von da, da, da. Erstmal ein bisschen Modition gucken. Aha, gut, ich verstehe alles, was hier dran steht. Gut. Okay, da oben. So, mit seiner. So. Nice. Ach, Leute, kennt ihr nicht das Problem, niemals so in der Hexe hochaktosive Fässer zu stehen? Ach, Mann. Was für Leute hier. Dome ist auch noch was, oder? Ja. Ich muss gucken, wo ich hochkomme, erst mal. Äh, ja. Gute Frage. Der Schi hoch. Aliop. Da kann's mal hoch. Ah. Was? Nicht bewegen? Warum? Ich brauche keine Feuerwaffen, ich hab einen Hammerberat. Ha, 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 ha. So, gut, los geht's. Ein bisschen was einsammeln. Da, 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 da. So. Ihr bekreift es echt nicht, oder? Nehmen wir jetzt, wenn die hohe explosive Fässer stehen. Kann man eigentlich die Warnung machen, ja? Nee. Das kann man kurz machen, gut. Aliop. Da, 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 da. Keine Ahnung, was los ist. Ja. Naja. Oh, der ist ja. Nelso ist tot. Ich weiß nicht, dass jemand auf der Seite ist. Jemand hat ihn gebrochen. Wir haben einen Bruch. Oh, schau. Ich glaube, ich habe etwas verhört. Oh Gott, jemand ist hier drin. Irgendjemand ist da drin. Okay. Was ist da drin? Oh, komm, wir sind oben. Okay. Oh, was ist das für nicht hier? Du gehst mir auf... Scheiß Licht. Das ist mir viel zu hell gewesen. Das war gerade mal viel zu hell da drin. Ey du! Ey, ich liebe das, mit dem Hammer zuzuschlagen. Kann man nicht kaputt machen? Darius, die Kulte starten die Kurs mit Explosiven. Wenn Hale dieses Ort herbringt, dann wird der ganze Planet verhört. Was? Was war das jetzt hier? Okay, ist das exportiert? Ich liebe es einfach nur mit dem Hammer drauf zu schlagen. Bam! Das hat... Okay, äh... Okay, äh... So... Ist wieder ganz... Du bist erledigt. Was ist er noch? So... Ja, ich muss mich schnell reparieren... Ich glaube, dass irgendwas passiert. Ich finde Adam Hale. Nein, ich will dich finden. Ich will mich doch weiter hier umsehen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwas finde. Irgendwas Secret-mäßiges. Da, 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 da. Weiter geht's jetzt voran. Ah, cool. Drei Schrott bekommen. Yay! Freu ich mich. Drei Schrott. So. Ich brauche mit Bedeckung hier. Ey, das ist das coole. Ich kann einfach meine Deckung gut aufbauen. So, lass uns raten. Ich bin weiter oben. Geh mal nach oben. Okay, gut. Ich kann nicht nach oben, weil... Fehl jetzt. Gut, dass man Sachen reparieren kann. Nicht nur kaputt machen kann. Da kommt nichts voran. Nee, das will ich aufheben. Das will ich aufheben. Keine Ohne. Zurück. Ha, 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 ha. Ja, ha, 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 zurück. Das hieß das. Ah, perfekt. Ha, 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 ha. Hammerzeit! Komm her! Hey, wirst du mir nicht das reparieren, wie sieht das eigentlich aus? Ah, das ist doch schon da drin! Okay, gut! Da, 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 da! Da, 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 da! Hey, habt denn 7-Nays of Isis habt? Allihop, komm! Bisschen Punition, geht doch. So, dass die Kinder vorbeikommen. Okay, da drüben geht's lang, gut. Wir müssen beunen, wir müssen beunen. Schwer bewaffnet, klar. Wie schwer bewaffnet dieser ist. Ja gut, ich will sagen, das war's erstmal für diesen Part. Ich hoffe, da hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.